Ich werde auf keinen Fall mit dir Frieden schließen! Ich werde auch keinen Frieden mit dir schließen! Oh, ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe dich jede Nacht in meinen Träumen gesehen. Super, und jetzt lass mich gehen, ich hab keine Zeit. Ich werde dich jetzt küssen. Kletter durch das Fenster! Ist das dein Ernst? Ja, komm schon! Ich habe alles gesehen. Ich freue mich so für dich. Ich werde auf keinen Fall mit dir Frieden schließen! Ich werde auch keinen Frieden mit dir schließen! Du bist dumm! Du bist dumm! Wie lange soll das noch so weitergehen, Mädels? Wir sind ein Team, wir sollten Freundinnen sein und uns nicht streiten! Kommt schon, schließt Frieden! Ich will, dass sie sich dafür entschuldigt, dass sie mich Dummkopf genannt hat! Du solltest dich dafür entschuldigen, dass du mich ein Huhn genannt hast! Du bist ein echtes Huhn! Bist du verrückt? Hallo? Ja? Eine Modelagentur? Psst, Mädels, das ist eine Modelagentur! Ja, ich hör zu! Eine Modelagentur? Psst, psst! Ja, klar, wir sind bereit! Wir lieben euer Magazin so sehr! Wir sehen uns! Amina, was haben sie gesagt? Könnt ihr das glauben, Mädels? Wir wurden eingeladen, die Models auf dem Cover des beliebtesten Jugendmagazins zu sein! Das ist...